Hallo liebe Bibletunes-Hörerinnen und liebe Bibletunes-Hörer. Ein ereignisreiches und, ja, turbulentes Jahr geht langsam zu Ende. Vor uns liegt die Weihnachtszeit. In der Gelegenheit sein sollte, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren und sich wieder neu auf das zu besinnen, was Gott für uns getan hat. Es ist auch die Zeit, mit dankbarem Herzen auf das zurück zu blicken, was er an Segen und an Gutem uns in diesem Jahr geschenkt hat. Nein, es war nicht alles gut in diesem Jahr. Seit einigen Wochen berichten Asaf Seewi und ich aus Israel und dem Gaza-Streifen. Asaf bringt mit seiner Kompetenz und seinem Fachwissen aktuelle Updates und ganz wichtige Themen. Die Hörerzahlen sind quasi durch die Decke gegangen in den letzten Wochen. Wir haben in der Geschichte von Bibletunes noch keine Staffel gehabt, die so viel gehört und geteilt wird. Das sagt eigentlich alles. Vielen Dank für deine Unterstützung. Es kommen auch viele zweckgebundene Spenden für diese Staffel bei uns an. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Und so werden wir auch im neuen Jahr weitermachen mit den wöchentlichen Updates aus Israel. Sag mal, bist du auch so begeistert vom Buch Leviticus? Ja, dank Jens Kaldewey dürfen wir momentan das Alte Testament mit Begeisterung und mit einem neuen Tiefgang lesen und verstehen. Diese Staffel wird übrigens weiterlaufen bis in den Januar hinein. Wir machen eine kleine Weihnachtspause bis 7. Januar und dann ab dem 8. Januar bis Ende des Monats. Leviticus mit Jens Kaldewey. Also, dranbleiben lohnt sich. Ein ganzes Jahr lang haben wir dir jeden Sonntag einen Psalm der Bibel geschenkt. Und insgesamt 50 Mal konntest du die Psalmen neu erleben. Psalm pur gelesen von Hannah Renz und Samuel Weber. Psalm kreativ von vielen Sprecherinnen und Sprechern wie Dave Brander, Jana Highholder, Jens Kaldewey, Esther Krasker und Musikerinnen und Musikern wie Timo Langner, Nadine Frank, Tine Wichmann, Susanne Hagen. Hat es dir gefallen? Welchen Psalm hast du ganz persönlich in einer für dich neuen Art und Weise erlebt? Hinterlass uns gerne irgendwo einen Kommentar, schreib uns, gib uns ein Feedback. Wir legen jetzt eine kleine kreative Pause ein, sammeln unsere Kräfte neu und im April 24 starten wir dann mit der nächsten Runde. Also, die nächsten 50 Psalmen, darauf kannst du dich jetzt schon freuen und bis dahin hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit, viele der bereits produzierten Psalmen nachzuhören. Das lohnt sich auf alle Fälle. BibleTunes.de oder in unserer App, du findest alle 50 Psalmen dort für dich zum Neuerleben. Jetzt, was ist dein persönliches BibleTunes Highlight in den letzten 14 Jahren gewesen? Ja, seit fast 14 Jahren produzieren wir täglich die Bibel im Ohr und haben bereits tausende von Episoden aus der halben Bibel produziert. Ja, du hast richtig gehört. Die Hälfte der Bibel, also 33 von 66 Büchern, haben wir geschafft. 18 Bücher aus dem Alten und 15 Bücher aus dem Neuen Testament. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch tonnenweise weitere Staffeln zu Spezialthemen produziert. Aber die halbe Bibel, das ist ein echter Meilenstein für uns. Und jetzt bist du dran. Hast du schon alle BibleTunes Bücher gehört? Oder bist du ein Ersthörer der ersten Stunde? Hörst du nur gelegentlich mal bei uns rein? Egal. Jetzt hast du nämlich die Chance, dein eigenes BibleTunes Programm zusammenzustellen. Ab Februar 2024 wollen wir vier Wochen lang Best of BibleTunes, Top 20 von BibleTunes für dich senden. Das Einzige, was du tun musst ist, sag uns, was deine Lieblingsepisode oder Staffel bei BibleTunes ist. Egal aus welchem Buch, egal von welchem Sprecher, welche Sprecherin, dein persönliches Highlight zählt. Bis zum 31. Dezember sammeln wir die Highlights von allen Hörenden zusammen und stellen diese dann zu einer Hitparade auf, die du ab Februar 2024 hören kannst. Ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, welche Bibel Episoden, welche Bücher, welche Texte das Rennen machen werden. Schreib uns doch deinen Kommentar mit deinem Highlight an, kontakt-at-bibletunes.de. Oder noch besser, folge uns auf Instagram oder Facebook und schreib uns direkt deinen Kommentar. Vielen Dank dafür. Hallöchen, ihr BibleTuners. Huch, Lotte, was machst du denn hier? Hallo, Detlef. Ich muss dich dringend was zur Weihnachtsgeschichte fragen. Oh, Lotte, das ist im Moment etwas ungünstig. Ich nehme gerade den Newspot auf. Upsi! Das ist übrigens unsere Lotte. Die kommt hier ab und zu mal vorbei und stellt uns allen hier bei BibleTunes ziemlich knifflige, aber auch gute Fragen. Klaro, ihr habt eigentlich nur gute Fragen. Lotte? Oh, da bist du. Entschuldige, Detlef. Die ist mir einfach ausgebüxt, weil sie noch eine Frage zu Maria und Josef hat. Kein Problem. Bei mir passt es gerade nicht, aber schaut doch mal, ob Jens euch weiterhelfen kann. Ah, gute Idee. Komm, Lotte. Wir schnappen uns den Jens. Tschüss, Detlef. Bis bald, Lotte. Ciao. Ja, bis ganz bald. Puh, ja, also, das war Lotte. Und wer noch mehr von unserer Lotte hören mag, dem kann ich die Mini-Talks ans Herz legen. Da fragt Lotte unser Team regelmäßig über Gott und die Welt aus, perfekt für Kinder bis ins Grundschulalter. Aber wir Erwachsenen finden es auch ziemlich witzig. Und übrigens ist unsere Bibliothek auf unserer Kids-Seite prall gefüllt mit Geschichten, Hörspielen und Interviews. Falls eure Kinder in den Weihnachtsferien die Langeweile umtreibt, schaut einfach mal oder hört besser mal rein auf BibleTunes-Kids.de Im letzten News-Pod im Herbst haben wir dir schon davon erzählt, ab sofort bauen wir mit unserer französischsprachigen Sprecherin Marie-Noelle Joder aus der Schweiz eine neue Podcast-Arbeit auf, BibleTunes en Francais. Und mit Marie-Noelle haben wir die beste Besetzung dafür gefunden. Ich bin Marie-Noelle Joder und ich bin heute Dozentin für Theologie am Bildungszentrum Bienenberg. Ich bin die Leiterin der Frankophonen-Abteilung in dieses Ausbildungszentrum und bin auch als Pastorin in einer mennonitischen Gemeinde in Berner Jura tätig. Das füllt mein Leben eigentlich schon ziemlich aus, aber ich gehe auch gerne spazieren, lese und höre Podcasts. Ich habe eine Schwäche für Sushi und asiatisches Essen und ich bin verheiratet mit Gabriel und habe zwei Teenager zu Hause. Ich freue mich auf diese Gelegenheit, Gedanken über biblische Texte austauschen zu können. In einer Welt, in der viele Themen einfach zu einer Meinungssache werden, halte ich es für wesentlich, dass die Gläubigen im biblischen Text verwurzelt bleiben. Das ist die gemeinsame Basis der Kirche und das bedeutet, dass es hier eine echte Herausforderung für das kirchliche Leben gibt, diesen Text zu verstehen und auch auszuleben. Bibletunes muss es also unbedingt auch auf Französisch geben. Ich bin immer wieder aufs Neue überwältigt von der Fülle der Bibliothek, die man in der Bibel findet. Jedes Mal, wenn ich die Bibel studiere, entdecke ich neue Aspekte. Generell mag ich es, die Bibel Buch für Buch zu meditieren, um jeden Vers in seinem Kontext zu lesen und zu verstehen. Ich liebe den Jakobusbrief, also werde ich mit diesem Buch beginnen. Ich mag Jakobus' freien Ton, der ein Echo auf die Lehre der Propheten des Alten Testaments und die Lehre Jesu ist. Jakobus nimmt kein Blatt vor den Mund und bei ihm weiß man, wo man steht. Weitere Bücher sind ebenfalls in Vorbereitung. Neben mir macht sich bereits ein ganzes Team an die Arbeit. Eine Person bereitet das Buch Micha vor, eine andere das Buch Jona und eine weitere meditiert das Lukas-Evangelium, um es mit den Hörerinnen und Hörern von Bibletunes teilen zu können. Ich freue mich drauf. Merci beaucoup Marie-Noël. Lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du die Bibel liebst und schon lange dafür gebetet hast, dass Bibletunes, die Bibel im Ohr, endlich auch in die französischsprachige Welt bringt, dann kannst du uns gerne dabei unterstützen. Einige von euch tun das schon. Bitte bete für einen gelungenen Aufbau und hilf uns, das Startkapital von ca. 30.000 Euro zusammenzubringen. Aufbau, Website, Lohnkosten, Werbung. Deine Spende bitte an bibletunes.de slash spenden mit dem Vermerk Aufbau französisch. Sobald wir das Startkapital haben, kann es losgehen und wir hoffen auf einen Start im Herbst 2024. Zum Abschluss möchte ich dir diese tolle Sache hier nicht vorenthalten, die wir vor einigen Wochen erlebt haben. Und zwar hat uns diese Nachricht von Moritz aus Halle an der Saale erreicht. Er schreibt, ich bin schon seit einigen Jahren Christ, wuchs aber als Kind und Jugendlicher nicht christlich auf. Meine Eltern ließen mir jedoch stets viel Freiraum und schickten mich außerdem aufgrund des tollen Schulkonzeptes auf eine evangelische Gesamtschule, an der ich meine gesamte Schulaufbahn Klasse 1 bis 12 verbrachte und so auch zum Glauben fand. Die Bibel war mir dennoch lange Zeit nur sehr bruchstückhaft bekannt. Ein paar bekannte Verse, die man so auf Postkarten findet, mehr nicht. Vor ziemlich genau drei Jahren sprach mich dann ein Lehrer meiner Schule an, ob ich Teil einer Bibellesegruppe werden will, die er mit zwei anderen Schülern gegründet hatte. Sie hatten Bibletunes als einen tollen Weg gefunden oder entdeckt, um die Bibel kennenzulernen. Das genaue Konzept der Gruppe ist bis heute, jeden Tag einen Bibletune, also eine Episode zu hören und sich anschließend per Sprachnachricht in einer WhatsApp-Gruppe zu melden und zu teilen, was einem wichtig wurde, was einen bewegt hat oder ähnliches. Ich sagte diesem Angebot damals zu und lerne die Bibel seitdem in einer Intensität kennen, in der ich sie ohne Bibletunes und die Gruppe wohl nie kennengelernt hätte. Ich bin von der Arbeit des gesamten Bibletunes-Teams wirklich begeistert und gewinne sehr viel für meinen Glauben und meine gesamte Persönlichkeit daraus. Deshalb, liebes Bibletunes-Team, danke, danke, danke. Wow, wir danken dir, lieber Moritz, für dein Dankeschön und für diese wunderbare, ermutigende Nachricht. Weißt du, Moritz hat in diesem Monat direkt damit begonnen, Bibletunes auch finanziell zu unterstützen. Warum? Na, weil Bibletunes so viel in seinem Leben positiv verändert hat. Und weil es kostenlos ist. Meine Frage an dich ist, was hat Bibletunes in diesem Jahr bei dir verändert? Oder wo hat unser Bibelpodcast dich bereichert? Unterstütze uns doch jetzt im Jahresendspurt mit deinem Dankeschön. Beschenke uns mit deiner Spende und ermögliche dadurch unsere Arbeit auch im neuen Jahr. Wir werden zum Beispiel 8000 Euro brauchen, die wir in unsere App investieren, um sie für dich mit neuen Features und Updates zu verbessern. Auf bibletunes.de slash spenden kannst du eine Auswahl treffen und uns unterstützen. Danke, danke, danke für alles, was du in unsere wichtige Arbeit investierst. Und jetzt wünschen wir dir ein wundervolles Weihnachtsfest und ein gesundes 2024. Dein Detlef und das ganze Bibletunes-Team. Dein Detlef und das ganze Bibletunes-Team.